Sophie ist mit ihren Freunden im Schwimmbad. Die Freunde springen alle vom großen Turm. Sie waren alle älter als Sophia. Sie durfte noch nicht vom Turm springen. Sie wollte nicht als Angsthase dastehen und ging hoch. Warum? Ich habe Angst. Los, Sophia, spring! Haha, Sophia kann nicht springen. Springen? Haha, da ist Angst wie eine Angsthase. Und sprang. Zum Glück haben sie mich gerettet. Die Mutter kam mit dem Auto ganz schnell hergefahren. Sophie, Sophie, meine Tochter, zum Glück ist dir nichts passiert.